Hallo Freunde der weihnachtlichen Überraschungseier. Ich habe mir sechs neue Weihnachtseier gekauft, die ich mit euch zusammen heute auspacken möchte. Und wir haben ja bereits sechs Stück geöffnet. Da waren damals vier Figuren, vier unterschiedliche drinnen, beziehungsweise eigentlich fünf, aber eine auch aus der letzten Serie, also vom letzten Jahr, mit anderen Worten Müllverwertung. So, hier seht ihr sie und hier seht ihr unsere neuen sechs Opfer. Sechs Opfer, das klingt ein bisschen schlimm. Nein, ich meine natürlich die sechs Überraschungseier. So, jetzt seht ihr sie, die wir öffnen werden. Natürlich in der Hoffnung, mehr Figuren zu bekommen, die wir noch nicht besitzen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder an. Wir haben wieder drei Nikoläuse, deshalb fangen wir mit einem Nikolaus an. Das Schöne ist wenigstens, hier ist tatsächlich in jeder Kapsel eine Figur drinnen. Und wir haben jemanden Neues. Und zwar haben wir das Walrus. Das gefällt mir auch recht gut. Ich meine qualitativ jetzt wieder nicht weltbewegend, aber ich habe Schlimmeres gesehen. Hier übrigens nochmal kurz der Zettel. Es gibt gesamt zwölf Figuren, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Genau, zwölf Figuren. Und davon haben wir jetzt momentan fünf. Das heißt, was auch kommen mag, wir werden definitiv keine komplette Serie heute zusammenbekommen. Lasst uns weitermachen. Wie wäre es mit dem Schneemann? Ja, Leute, hier haben wir das Problem, dass wir eine Figur aus der letzten Serie haben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die jetzt nicht zusammenbaue. Aber das ist jetzt ein bisschen... Vor allem diese Figur habe ich bereits. Wenn ich ein Foto finden, wenn ich die alte Figur noch finden sollte, blende ich ein Foto ein. Wenn nicht, dann offensichtlich nicht. Ah, hier haben wir eine doppelte Figur, nämlich unseren Elch. So, das heißt, wir haben noch drei. Und wir haben... Oh, wir haben jemand Neues. Sehr schön. So, wir haben den Christbaum. Ja, quantitativ auch wieder ein wenig bescheiden, aber okay. Wir haben uns ja mittlerweile dran gewöhnt. Wir haben noch einmal den Elch oder das Rentier, besser gesagt. Ein Elch ist es nicht, das ist ein Rentier. Und letztes Ei. Bitte was Neues. Ja, perfekt. Wir haben was Neues. So, ich schätze jetzt einfach mal, das soll eine Tasse mit heißer Schokolade darstellen. Vermute ich jetzt mal. Also das ist irgendwie... Ich meine, sie glitzert sehr schön. Ich weiß nicht, wie man das über die Kamera sehen kann, aber das ist trotzdem die schwächste Figur, die wir bisher hatten. Naja, immerhin, damit hätten wir jetzt sieben von... Was haben wir gesagt? Zwölf Figuren. Fehlen uns noch fünf. Mal schauen, ob es ein nächstes Video geben wird. Falls nicht, dann bleibt es dabei. Falls ja, dann werdet ihr es sehen. Okay, liebe Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.